Im Neusiedel am See fand das Musikfestival Song Challenge statt, an dem bekannte MusikerInnen und SängerInnen aus Österreich teilnahmen. Die Sängerin Elisabeth Sochit, die unter dem Künstlernamen Ella Knight auftritt, stellte ihre neuen Lieder vor, die sie gemeinsam mit dem ukrainischen Produzenten Oleg Ivanczyk veröffentlicht hat. Die Atmosphäre auf dem Festival war sehr warm und sonnig und das Ufer des Sees sowie die malerischen Landschaften schufen eine besondere Stimme. Das Musikprogramm umfasste sechs Songs, die auf allen digitalen Plattformen verfügbar sind. Ella Knight schenkt ihnen mit großer Liebe ihre Lieder und Kreativität. Die Sendung wurde live 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 live